Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, einfach eine größere Zahl von Bewerbern zu erreichen. In der heutigen Zeit muss man einfach über den Konkurrenzgedanken hinaus sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen, um seine Kräfte zu bündeln, um halt auch die Region zu stärken. Ich glaube, da profitieren alle davon. Und ich glaube, gerade für ein mittelständiges Unternehmen ist das eine gute Chance, hier eine neue Möglichkeit zu finden, gute Leute zu rekrutieren.